So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Stick Fight The Game. Gemeinsam mit German Let's Play und Maudado. Viel Spaß! Hä? Was ist dein Problem? Junge, hä? Was ist dein Problem, hä? Du mit deiner Kackkrone. Tschüss! Was will der Typ da oben? Was ist das? Ich mach die Eiswand kaputt. Was macht der da? Das geht so nicht. Hallo! Nein! Nein, das kannst du dir nicht anfangen! Das ist nicht wahr! Schwert gegen Özi. Nein, nein! Wir müssen verbünden! Maudado gewinnt sonst! Okay. Wer zuerst ne Waffe hat. Oh! Ja genau! Ja, alles klar! Oh nein! Ich bin nicht hier! Nein! Ja! Nein! 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 Wo bin ich? Oh nein! Oh nein! 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 Ja! Ja! Was? Was? Was war das für ein Krampf? Das ist nicht gut für meinen Puls, Leute. Ey! Aua! Genau. Ich glaube, ihr ist tot. Oh! Nein! Einfach liegen! Oh nein! Hol dir die Waffe! Oh was? Du hast es überlegt? Du hast es bekommen! Was? Ja genau! Das Eis hätte ich fast... Ja! Ich habe auf die Plattform unter dich gezielt. Die Waffe ist nicht genau. Es war also kein gewollter Headshot. Doch! Die ist noch genauer als du denkst! Jetzt ist Maudado wütend! Hilfe! Oh ne, da fehlt Manu die Waffe. Nee. Siehste? Ja, beide! Siehste, sag ich doch! Du miese Schwein! Wo bin ich? Wo bin ich? Hallo? Nein, da bin ich. Du hast so ganz viel Antriebe an dir, du wurdest durch die Wand gedrückt. Tritt Maudato zu mir, komm! Tritt ihn zu mir! Da! Nein, ich bin nicht Maudato! Leute! Nicht? Oh. Aua, ich bin tot. Na komm! Was? Nein! Ja! Destroyed! Oh, schön. Das war schön Maudato. Oh nein! Ich bin tot! Was machst du da? Ich bin tot! Hallo! Oh, was bist du denn da? Guck mal, ich mach'n Gusselkrach! Oh! Nein! Die beiden sind anfangen zu kämpfen. Der Frieden wurde zerstört, als das Schwert vom Himmel fiel. Aber als dann die AK kam, wurde es schlimmer. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! 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 Ist Maudato weg? Ich bin tot! Bin ich hier! Ah, nicht! Okay! Oh! Ich hab' keine Muni mehr. Ich muss mich verstecken hinter meinem Stein bis... Oh! Nein! Ja! Was? Ich hab' geblockt! Nein! Im richtigen Moment! Ich hab' nicht selber weggesniped. Ja! Oh! 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 Nein! 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 Ich hab' eine komm'n! Maudato! Geht's dir nicht gut? Ich bin begraben! Aua! Ja! Oh! Verdammt! Leg' die jetzt wieder? Oh! 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 Hey! Wo ist Mautado hin? Ich geh einfach. Gute Wahl. Oh, Eis ist vorbei. Neues Thema, ja. Ich hab irgendwie Angst vor ner Waffe. Ich teste, ob die explodieren. Ja, nein! Nein, 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 nein! Oh, guck mal, die blinken! Ah! Ah! Ist da noch was? Warum komm ich nicht zu dir? Nein! Ah! Ja! Es ist der wilde Westen. Ah, wir stehen auf explosiven Fässern. Ah! Ah, guck mal, ich kann das lenken. Ich bin das. Oh, nein! Weg da. Was ist das? Leute, lasst mich... Hört auf, das zu drehen, bitte! Nicht die Schlangenkanone! Nein! Ja! Ja, ja! Hilfe! Nein! Ah! Vom Zimmer, ich dachte, du bist tot! Nein! Niemals! Oh, nee! Hallo? Oh, nein! Nein, 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 nein! Ich bin selber auch drin! Bin ich tot? Hallo? Nee! Hallo? Bin ich jetzt? Ich bin tot! Ich bin ja gar nicht blau! Ich bin ja gar nicht blau! Ah! Fuck! Warum bin ich eigentlich nicht blau? Ich bin blau! Da ist eine Waffe unten. Ja! Ist aber irgendwie nicht so gut hier. Oh! 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 Ich bin einfach gestorben! Ich hab mich direkt geschossen! Eine Schlangen-Schrot-Flinte! Ja! Na! Na! Ah! Oh Gott! Da waren 30 Schlangen in mir! War nice! Aua! Oh! Oh Gott, das ist wild! Äh! Warten wir jetzt einfach ab! Oh Gott! Oh! Die gehen auch aufmachen! Ach du Scheiße! Nein! 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 Na! Maudado lebt! Gewinn ist meine Farbe, sag ich nur! Hallo? Hm? Ich bin nicht zu sehen! Ich weiß! Und jetzt? Maudado glitscht in... Ach wir sind in den Häusern! Hä? Ach so! Da sind Schlangen in den Fässern! Hilfe! Ist doch okay oder nicht? Bin ich tot? Kann ich mal aufhören? Kann der mal sterben? Hä? Was? Maudado stand bei mir in der Wand drin! Was war das für ne verpackte Welt? Ja die war kaputt! Schießt auf die Schlangenfässer! Oh nein! Oh oh! Oh nein! Nein! Nicht drauf schießen! Keine Schlangen! Nein! Ich komm von alleine! Nein! Ja! Warum rettest du mich nicht? Ok! Ich will aber sterben bevor die Schlangen da sind! Kommt! Kämpft! Ein Hover! Ich bin tot! Ja! Ja! Das ist ja nicht da! Ziel erreicht! Ok! Oh Gott! Das sind Schrotflatten! Hey! Hallo? Ohohohohoho! Wie viel Schüsse hält man denn aus? Hehehehe! Hehehehe! Ich halte meinen Arm nur so drüber. Nein! Oh nein! Dein Blau ist gar nicht die beste Farbe. Oh Lisa! Du geh doch mal rein! Ich hoffe der dreht sich im Kreis. Mach der bestimmt, der sieht schon so aus. Ah du kannst den drehen, du kannst den biegen. Manu. Oh nein! Das ist aber cool. Ey! Boah Junge! Wie klappt das? Nee! Tot! Nein! Ja! Nein! Was? Ja! Mann! Oh oh! Nein! Nein! Ich bin tot! Verdammt! Drehende Laser sind richtig cool! Nein! Nein! Hör doch auf! Hallo! Warum immer ich? Warum immer ich? Ich hab dich komplett aus dem Leben gekickt. Oh! Oh! Ja! Oh nein! Warum hast du deine Waffe? Musst du mich erst mal retten. Ich lieg schon, lass mich. Maudado! Fahrende mich immer Stress an! Hast du mal das oder tot? Ja. Ich stehe auf der falschen Stelle. Mann! Weil ich schon gekämpft hab, weißt du? Ja! Durch mich. Ich hab irgendwie so... Oh! Von oben liegen. Ah! Hallo! Waffe! Aua! Lebe ich noch? Ja! Nein! Du lebst! Ja! Oh, Waffe. Das ist doch... Was? Aber warum? Weil wir jetzt alle schon mal gegenseitig... Alter, das ist Schwert da! Oh, aber wie bekommt man das? Genau für solche Trotteln! Schwert! Ja, dann ist einfach nur ein coolen Schwert! Junge! Alles klar! Was hat das für eine Feuerrate? Hallo! Wo gibt's noch? Ich dachte, du wirst schon lange tot! Oh! Und wieder die mit! Hallo! Ich hab noch nicht mal einmal geschlagen! Hallo! Wie geht das nicht? Das ist nicht... Ja! 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 Nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Ist gut, ist gut, Modato! Ist okay! Nein, war ich geschlagen! So ne Scheiße! Nein! Ja! Danke, Manu! Np! Ja, dann lass mich doch! Oh ja! Mein Kopf war kurz einen Millimeter davor draußen! Nein! Nein! Ist okay! Warum spring ich denn da rein? Nein! Ach! Ich hab mich selber weggeleasert! Ja! Ach! Rette dich! Mann! Au! 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 Wieso wiederholte ich die Maps zweimal? Keine Ahnung! Ob ich hab Angst gestört! Warum mit Modato und Schwert? Ah! Ah! Wie hast du das geworfen? Keine Ahnung! Das war richtig cool! Warum hab ich jetzt nicht... Ich versteh das nicht! Wenn's so weiter geht, komm gleich nochmal die Map mit dem coolen Schwert! Oh oh! Oh oh! Hilfe! Hier ist safe! Oh! Scheiße! Oh oh! Ja! Ich geh lieber auf das Laserband! Tschüss! Hallo! Warum hat der ne Waffe? Nein! Nein! Kein Auftrieb! Wow! Du springst doch höher, Manu! Wow! Nein! Oh nein! Ja! Von meinem Bein! Hab ich zwei Auftriebdinger! Nice! Bam! Ohohohoho! Du bist ja jedes Mal! Hä? Wie schönste das? Ich bin lost! Oh! Weißt du, letztes Mal noch... Ja, ich wollte dich reintreten! Hä, wo ist das Messer? Wo ist es hin? Ich weiß es nicht! Hä? Ich glaub das ist in den Laser gefallen und kaputt gegangen! Ist das so ein Prank? Nein! Oh! Hallo? Ah, die töten einen die Waffen! Okay, das wollte ich wissen! Ey! Das ist nicht wahr! Hä? Bei mir steht kein Gewinner da! Bei mir auch nicht! Okay! Whewö! Mit ihr jetzt gewonnen! Gleichzeitig, gleichzeitig gestorben! Was kann's dann? Hallo... Schmordado. Ah! Nein! Was! Jaaaa! Das ist doch krass. Ja, kann sein, dass es einfach die letzten Maps sind. Danach gibt es keine neuen wahrscheinlich. Ja, aber warum fängt es nicht einfach neu an? Oh Gott! Nein, 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 nein. Oh, ich habe die Snooks überlebt. Ah, alles. Das ist so brutal. Doch, au, fallo! Ach stimmt, wir müssen gegen Maudado kämpfen. Okay, okay, okay. Ey, jeder lasst mich doch! Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Bastard. Dein Teamwork war kacke. Das ist eine Krone. Ich bin tot. Hib mich auf. Ja, genau. Was ist das? Ach nein, das ist selber weggespinnt. Wie war ja geil. Warum kommt die ganze Zeit die Matt hier? Hör da? Was würden die Laser? Mach dich mit mir mal warten, einfach bis die Laser da sind. Ja. Kann das sein, dass ich tot bin? Hallo? Nicht. Oh, oh. Uiih. Hä? Du hast kurz getroffen. Maudado wird nicht leben. Wie? 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 Was für ein Ekel? Nein! 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 Was für ein ekelhafter Winkel! Und der schlägt da einfach dumm. Hey! War nicht dumm. Oh Gott! Ja, doch war's. Huah! Huah! Ich glaub ich hab Manu getroffen. Wie konntest du das nur tun Mann? Das schwer tötet dich ja selber. Du hast mich entwaffnet. Aua. Oh. Ah! Gibt noch neues. Und dann immer Scheiße erzählen. Was passiert? Jedes Mal. Kannst du die Ketten durchschießen ganz oben? Ja. Kann ich. Ja. So? Nein, nein, nein. Nicht so. Ja! Oh nein! Ja! Oh Mann! Das mit den Ketten ist echt cool. Ne. Ich hab dazu gelernt. Ich bin weg. Mist! Oh nein! Nein! Ich sag later! Oha! Tut ihn, tut ihn. Grün, schön, schön, schön. Nicht in den Laser! Ah! Ja drück ihn runter! Nein! Was? Ja! Einen Tut noch. Und Dado gewinnt. Oh nein! Komm schon, ich will rein! Hör auf! Du lebst noch! Du lebst noch? Du lebst noch? Ja, Frieden, okay? Okay, Frieden. Ich bin schon tot, Manu. Ich bin schon tot, Manu. Ich bin normalerweise... Ja, klar! Einen Schlag! Ich bin der Kämpfer rein mit Zombie! Du darfst sie haben, Manu. Danke. Lass mich aber kurz leben, bis Maudado tot ist. Okay. Ja. Dann gewinne ich den Kampf für dich. Ich bin tot. Er hat den Kampf für dich gewonnen. Oh! Fast schon! Oh nein! Ich hab mal alles direkt gekauft. Einfach ein paar Mal eintreten. Ja! Oh! Noch wieder? Oh nein! Wie geil das aussah! Oh nein! Hör doch auf! Ich hab dir nie was getan! Was war das für ein Todeslaser? Ich weiß nicht, das war echt stark. Oh oh! Oh oh! Ich warte auf ne Wache! Hallo! Ich warte auf ne Wache! Perfekt! Nein! Nein! Hör doch auf! Du musst die unteren Ketten abschießen, dann schwingen die über das Schlachtfeld. Ja! Ich dachte, ich hätte dich getreten! Oh! Hallo! Ich! Oh! Ja! Was? Oh Gott! Wo hast du das? Hallo! Oh! Nein! Ah! Nein! Nein! Ja! Hä? Du bist einfach halb aus der Map geflogen! Ja und? Dein Knobback! Ah! Ja! Ja! Nein! Hör doch auf! Jetzt hör auf! Ich bin sogar der Erste der stirbt! Oh! Obwohl ihr noch gekämpft habt! Das war alles bitter! So! Das war's mit der zweiten Folge zu Stickfighter Game! Wenn ihr die erste Folge verpasst habt, könnt ihr die gerne noch nachholen! Und morgen gibt's noch eine dritte Folge! Bis dann! Hey Zimmelmann! Tschüss! Tschüss!